In diesem Video möchte ich dir mehr über meine Vision erzählen. Das Projekt Kein Hungertod mehr auf der Welt durch eine symbiotische Darmflora. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes erzählen. Es geht um meine große Vision und meinen innigsten Wunsch. Die Idee und die Vision habe ich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Schon als ich ein kleines Kind war, habe ich davon geträumt, in der Welt etwas Großes bewirken zu können. Und Afrika hat mich immer schon fasziniert. Okay, stimmt jetzt nicht ganz. Mich hat es einfach als Kind extrem traurig gemacht, dass vor allem in Afrika Menschen, ganz viele Menschen und vor allem Kinder sterben, weil sie kaum was zu essen und kaum was zu trinken haben. In diesem Video möchte ich euch meine Vision erzählen, die sich in den letzten fünf Jahren stark gefestigt hat und in den letzten zwei Jahren immer klarer wurde und einfach schon sehr stark für mich greifbar ist. Endlich hat diese Vision Hand und Fuß und genau das erzähle ich euch jetzt. Meine Vision ist es. Ich möchte in Afrika und in Indien den Hungertod vor allem bei Kindern ausrotten. Es darf kein Kind mehr in diesen beiden Ländern und Kontinenten geben, die an Hungertod sterben können. Wie ich das Ganze vorhabe, erzähle ich euch jetzt gleich. Zuerst möchte ich euch kurz ein Foto zeigen, welches sehr berühmt ist und bestimmt einige von euch bereits kennen. Dieses Bild hat mich sehr stark berührt und hat den Wunsch in mir ausgelöst, etwas bewirken zu können. Dieses Bild hat so eine krasse, heftige Wirkung und sagt so unendlich viel aus. Das Foto hat ein Reporter namens Kevin Carter 1994 aufgenommen. Es zeigt ein kleines Mädchen, welches am Verhungern ist und kaum noch eigene Kraft hat. Daneben sitzt ein Geier, der nur darauf wartet, dass das Mädchen nicht mehr weitergehen kann und eben stirbt, damit er sie dann essen kann. Der Fotograf hat nachdem er für das Bild ausgezeichnet wurde, nämlich nicht nur irgendeinen kleinen Preis bekommen hat, nein, er hat sogar den Pulitzer-Preis für dieses Bild bekommen und später hat er dann, ja, er hat ganz einfach Selbstmord begangen. Die Frage ist, warum? Es ist ganz einfach, also meiner Meinung nach, die Ohnmacht, die man verspürt, wenn man in so einem armen Land ist und einfach nicht helfen kann. Das Bild ist so krass aussagekräftig, weil es den Kreislauf des Lebens zeigt. Ein Geier, der darauf wartet, dass ein kleines Mädchen einfach stirbt. Es ist krass, wie nah Leben und Tod nebeneinander sitzen können. Und Kevin Carter hat vermutlich Selbstmord begangen, weil er dem Mädchen nicht geholfen hat und weil er für etwas geehrt wurde, was eigentlich eine extrem schreckliche und grauenvolle Situation war. Leider wurde ja auch nachher festgestellt, dass er tatsächlich auch nicht geholfen hat und hat ganz, ganz viele Drohbriefe oder vorwurfsvolle Briefe bekommen, warum er dann nicht nachher gehandelt hat. Aber okay, es ist halt auch wirklich eine krass Beschissenheit, eine Situation, in der man da einfach ist und man weiß vielleicht auch nicht, was man tun soll. Und vielleicht ist der Geier ja auch weggeflogen. Das können wir jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Ich möchte mit all meinen Mitteln, meinen Fähigkeiten und meinem Können und vor allem mit meinem Wissen ein geniales Projekt auf die Beine stellen. Ein Projekt, welches genau solche Situationen vermeiden soll. Ist vielleicht ein bisschen naiv, aber genau das ist mein riesigster und größter Wunsch und einfach meine Vision. Es darf keinen Hungertod mehr geben. Kein Kind auf der Welt soll sterben, weil es verhungern muss. Ja, genau dafür brauche ich sehr viele Menschen, die ihren Teil dazu beitragen und das auf unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten tun werden. Und genau so möchte ich diese Vision konkret umsetzen. Das Projekt Kein Hungertod durch symbiotische Darmflora hat zwei wichtige Schwerpunkte. Die Menschen brauchen Wasser und zwar in optimaler Qualität und zweitens, die Menschen brauchen Nährstoffe. Ja, das brauchen wir alle, aber eben die Kinder in diesen Ländern brauchen es auch. Ich möchte in Afrika, konkret in Tansania, starten. Es wird dort ein Stück Land gekauft und eine Art Landsitz gebaut und errichtet werden. Auf diesem Landsitz werden Häuser gebaut und Menschen angesiedelt. Menschen mit Kindern. Geplant sind konkret 10 Hektar Land. Auf diesem 10 Hektar Land soll auch ein Kinderheim errichtet werden, um Kinder aus ganz Afrika, die Waisen sind, einzusammeln und ihnen Möglichkeiten und Chancen zu bieten, dass sie einfach Sicherheit und ein eigenes Zuhause haben können. Auf diesem Landsitz wird es eine Wasseraufbereitungsanlage geben beziehungsweise riesige Wasserspeicher und mehrere Aquaponik Tower. Aquaponik Tower so in der Art wie der Greeny Garden, der ja gerade sehr, sehr berühmt und bekannt ist. Ich bin da mit meinem Bruder an einem Projekt dran, wo wir eben solche Aquaponik Tower konzipieren. Dadurch, dass diese Menschen, die dort leben, frisches Wasser bekommen und durch den Aquaponik Tower Nährstoffe aus Wildkräutern, die wir dort züchten werden, kann eben die symbiotische Darmflora dieser Menschen hervorragend entfalten werden. Als ich den Maxim kennengelernt habe und mehr über Rohkost erfahren habe, beziehungsweise über die biochemischen Prozesse in unserem Körper gelernt habe und vor allem eben den Punkt symbiotische Darmflora, als ich mehr darüber gelernt habe und den auch richtig verstanden habe, ist mir klar geworden, dass das durch Fremdeinwirkung in diesen Ländern durch eben sogenannte Hilfsorganisationen ganz einfach gestört und zerstört wird. Das heißt, ich glaube, dass es heute möglich ist, dass Kinder in Afrika oder Indien nicht sterben müssten, wenn sie sich ausschließlich von Wasser vor Ort und von den Kräutern oder Beeren, die es quasi so vor Ort gibt, und die gibt es auch in Afrika, also in Afrika ist ja nicht nur Wüste, wenn sie sich nur von dem ernähren würden und nicht von dem Reis, den die Hilfsorganisationen bringen oder dem Brot oder den gekochten Nudeln oder sonstigen Fertigprodukten, die ja sehr gut gemeint sind. Ich möchte das gar nicht falsch unterstellen, aber ich glaube, dass dadurch die Kinder schon wesentlich älter werden könnten und länger leben würden. Man muss ja auch sagen, dass es schon ziemlich spannend ist, weil die Babys werden ja nicht, beziehungsweise die Kinder in diesen Ländern, die sterben ja nicht mit einem Jahr oder mit zwei Jahren, sondern die werden ja bereits fünf bis sieben oder sogar zehn Jahre, bis sie eben verhungern. Also da leistet der Körper ja eh schon gigantische Arbeit. Das muss man mal sagen. Dadurch, dass ich selbst mit 20 bis 50 Kalorien pro Tag jetzt schon auskommen kann, beziehungsweise auch öfter schon mehrere Tage lang Wasserfasten gemacht habe, bin ich einfach felsenfest davon überzeugt, dass das möglich sein kann. Wissen tue ich es nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Versuch wert ist. Also jeder, der der Meinung ist, dass ich nur Blödsinn rät, ja, der kann gerne einfach einen besseren Vorschlag bringen und der kann gerne eine Entscheidung treffen und sich was überlegen und etwas versuchen und einfach umsetzen, etwas, was funktioniert. Finde bitte für mich einen Weg, der eine bessere Idee ist, als die, die ich jetzt gerade habe, um den Hunger auf der Welt auszurotten. Hast du keine bessere Idee, dann spar dir bitte alle Kommentare oder sonstigen Bemerkungen. Ich bin hier auf der Suche nach Menschen, die mit mir gemeinsam etwas bewirken wollen und etwas umsetzen wollen, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Meine Vision ist es, in ganz Afrika und ganz Indien solche Landsitze mit Gemeinschaften zu errichten, wo jeder willkommen ist und ausreichend Wasser inklusive Wildkräuter zur Verfügung gestellt bekommt. Gerade bin ich noch am Ausfallen der Idee, wie die Menschen, die dort leben, sich dann auch selbst erhalten können, weil dort auch Arbeitsplätze so gering vorhanden sind, möchte ich ebenfalls Möglichkeiten schaffen, damit man sich nützlich fühlen kann. Gerade als ich selbst in Tansania war, habe ich einfach miterlebt und mit einigen Menschen dort gesprochen, die alle gesagt haben, sie würden gerne arbeiten. Es gibt aber nichts zu tun und es ist ihnen langweilig. Sie sitzen dort oft einfach nur vor ihrem Haus, wenn sie ein Haus haben, und machen nichts, den ganzen Tag nichts. Sie haben keinen Fernseher und auch kein Handy. Sie sitzen einfach und machen den ganzen Tag lang nichts, wirklich nichts. Mehr kann ich dazu aber auch noch nicht sagen, da ich einfach noch am konkreten Ausfallen der Idee bin und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass der Mensch eine Ausgabe hat, eine Möglichkeit hat, wo er sich selbst entfalten kann und einfach eine Möglichkeit hat, dass ihm nicht langweilig ist. Meine Vision wird stetig wachsen. Trotzdem wollte ich euch jetzt mal erzählen, wie sie aktuell ausschaut. Wenn du diese Vision gut findest und auch einen Teil dazu beitragen möchtest, dann melde dich gern bei mir per Mail an office-at-fokus-menv.eu. In erster Linie werden wir sehr viele Spenden benötigen, damit Entwicklungen der Aquaponik-Tower voranschreiten können beziehungsweise damit eben der Landsitz beziehungsweise das Land selber gekauft werden können. Es werden aber auch Menschen gebraucht, die dann gerne vor Ort arbeiten und konkret eine Schule bauen wollen oder in der Schule arbeiten wollen oder die das Kinderheim betreuen wollen und eben den Landsitz mitgestalten und mit aufbauen wollen. Bis dahin brauchen wir auch Menschen, die an der Entwicklung der Aquaponik-Tower teilhaben wollen, die da mit herumprobieren wollen und die sonstige Ideen haben, die sie eben auch einbringen können und wollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man jetzt schon tun kann, um mitzuwirken. Wie gesagt, schreib mir da sehr gerne einfach eine E-Mail. Ich werde sie nach und nach dann gerne beantworten. Kann auch ein bisschen dauern. Nochmal konkret. Solltest du überschüssiges Geld haben, dann tritt gern meinem Verein bei. Die Infos findest du in der Videobeschreibung und über jede Spende, auch wenn sie noch so klein ist, freuen wir uns, damit wir eben dieses Projekt ins Laufen bringen können, ins Leben sprießen lassen können und dass wir einfach mit diesem Projekt ganz, ganz, ganz viel Leben retten werden können. Lass uns gemeinsam unsere Fähigkeiten nutzen und denen Hilfe und Unterstützung schenken, die einfach nicht in der Lage dazu sind. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Danke, dass du meinen Kanal abonniert hast und danke, dass du mich unterstützt. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Sag mir gerne deine Meinung, was du von meiner Vision hältst. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Mega-Liebe. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss. Baba.